Also bitte, von vorn. Das ist doch Haris. Und das soll ein heiterer Film sein, alles was recht ist, aber ich finde es zu traurig. Das ist doch Haris. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Du vermiedst die Schiffe, kassierst die Stütze und rüderst deinen Teater. Ja, also ich meine schon, die müssen wir verstehen, gelletze, gelletze. Oh, du Glönke, du Traurige. In dem Weg kannst du mich verleumden. Rauschen jetzt. Alle. Aber rasch. Guten Tag, liebe Frau. Ich möchte mir erlauben, ein paar Minuten Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch zu nehmen. Sah sie nicht, nein, Sie könnten es bereuen. Denn dieser Koffer enthält ein Wundergerät. Warum soll nicht einmal in einem Schweizer Film ein Wunder geschehen? Wunder. Na ja, probieren wir mal etwas mit Harfen und Flöten. Um... 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 Anne-Marie, Anne-Marie Anne-Marie Aber glaub nicht, was die Leute sagen, auch wenn es stimmt, hörst du? Für mich bricht die Welt zusammen, aber wen interessiert das schon? Ich bin ja bloß eure Mutter! Ja verrückt, da kommen wir nicht nachher, es geht ja wie der Blitz! Könnten Sie mir nicht mal zeigen, wie wir... Wollen Sie bitte das Spiel nicht stören? Man möchte ja mal noch Fragen dürfen, ne? Bitte! So, jetzt habe ich nur... Jetzt hau sie dir einen gespeit und zuf einen Quatsch, von dem man noch in 100 Jahren reden will im Quartier! Gute! Ich habe die Absicht, noch ziemlich lange hier zu bleiben, und zwar in deiner Gesellschaft. Lange ist es nicht jetzt, wo ein Spinner singt! Mir wird verstaat's! Dann schau ich's vorbei! Gute! 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 Untertitelung des ZDF, 2020